Und herzlich willkommen, Frosch im Hals, Lachsi, begrüßt euch zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil. So, ich hab das rote, den roten Diamant nochmal geholt. Also das, das, das Auge da von, von dem Elch. Ja, jetzt geh ich hier die Treppe runter und hoffe, ich überlebe den Scheiß. Gut, Dighton ist ein Frosch. Ich müsste ich... Nein. Hahaha. Hattiges Arschloch. So. Bastard. Da ist noch einer. Okay. Nein. Boah, mir geht die Munition aus. Alter, WTF. Oh oh. Moment. Moment. Oh 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 oh. Wenn ich jetzt hier... Ich muss da hin, versteht ihr? Wegen dem roten Auge. Oh scheiße. Hier bin ich in einer Art Zwickmühle. Ich guck mir das nur mal kurz an. Und dann überlege ich. Okay, zu sehen noch kein Frosch. Dich muss ich killen. Scheiße. Oh, mein Hals. Also, einen habe ich. Oh, Gott. Leute. Munition ist running out of, out of, out of, äh, äh, Munition halt. Scheiße. Heilige Scheiße. Ich mache hier auf jeden Fall erstmal ein Save, weil es wird, boah, es wird Zeit. Gott, im Himmel. Ja. Nein. Chris, hier. Mein fünfter Save. Ah, Raum 1F. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich sicher. Jetzt habe ich gespeichert. Jetzt kann ich auch ruhig mal gekillt werden. Ist egal. Ich lade hier dann einfach um. So, Magazin nicht. Aber... Na. Dich wollte ich. Heilungsspray. Also, wenn hier noch ein Frosch kommt und der mich jetzt nutzt. Dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe hier hier einen Save gemacht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das Haus wimmelt nur so von Fröschen. Es ist ein Graus. Also... Sucht euch den kürzesten Weg. Weil alle Frösche... Alle Frösche... Oh. Könnt ihr hier meiner Meinung nach nicht töten. Ja. Ne, komm, bring mich um. Hat keinen Sinn. Ne, die habe ich zu viel Energie verloren. Ich zeige es euch mal. Komm, bring mich um. So, jetzt hat er mich. Gut, dass ich gespeichert habe. Weil das erste Spray wollte ich jetzt nicht noch verschwenden. Wenn der mich hätte noch fünfmal treffen können. Wisst ihr? Das wäre ja Quatsch. Boah, krass. Es geht von ganz von vorne los. Noch nicht mal ins Ladebild komme ich. Resident Evil. So. Jetzt weiß ich aber wenigstens, dass der hier... Aus der Ecke geschossen kommt. Viel Glück. Ab geht er, der Peter. Oh, ich habe hier noch einen Cookie. Oh, den habe ich ja ganz vergessen. Komm her. Oh. Mh. Mh. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Jetzt ist nur die Frage, mache ich dich mit der Pistole? Weil Schrottflinte geht langsam wirklich zur Neige. Okay. So. Ich finde, jetzt habe ich alles sinnvoll eingesetzt. Das Vieh ist down. Und ich kann das rote etwas benutzen. Und ich kann das rote etwas benutzen. Jawohl, ja. Colt Python. Also, die Magnum. Ich nenne das Ding immer Magnum, weil es eigentlich überall Magnum heißt. Außer hier. Also, dafür hat es sich doch gelohnt. Auf jeden Fall. Das Baby werde ich gut gebrauchen können. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin gerade am überlegen, weil ich weiß, dass ich... Oh, scheiße, oder? Ne, komm. Egal. Ich wollte den einen Raum noch von Fröschen befreien, weil ich weiß, dass ich da nachher nochmal hin muss. Aber an dem Standort, wo ich in diesen Raum kommen könnte, das ist sehr, sehr ungelegen. Von daher. Magazin. Oh, ist das echt noch alles, was ich habe? Ne, jetzt, oder? Ich habe sonst nichts mehr? Komm, eine super Mische. Ja, gut. Soweit habe ich hier auch alles geholt. Es ist gut und wichtig für später und auch für jetzt natürlich, dass ich die Räume von Fröschen befreit habe. Treppe wieder hoch. Ach, alles ist so schön froschfrei. Hahaha, herrlich. So. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins zu erledigen. Jetzt geht es nur noch an einer Stelle weiter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. so nümlich hier richtung letzter raum mit mit hier grünem scheiß da grüner schlüssel ich hoffe hier drin ist kein frosch das wird es mir jetzt echt versauen gut sie haben gerade benutzt helmschlüssel und der helmschlüssel wird unwichtig magnum rein da jetzt wird es spaßig ne magnum ist mir noch zu wertvoll energie ja ja ok im kamin ist eine öffnung ne hier haben wir wirklich nichts mehr gut da kommt die schlange vom letzten mal beißt sich hier erstmal in den Boden auch au 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 Nee, das ist ja schmachsinnig. Ey. Jetzt wird's langsam Zeit. Jetzt hab ich's aber, oder? Lass mich bloß in Ruhe. Es ist tot. Also ich hätte jetzt auch flüchten können, aber nö. Das wäre ja langweilig. Ich will ja die Schlange killen. So, hier können wir jetzt auch runter. Man sieht nichts. Herunterspringen, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nein. Denn das gibt's erst beim nächsten Mal. Bis dann, euer Slagsi.